iOS 17.4 ist da und es ist ein großes Update für EU-Nutzer. Aber die merken im ersten Moment nicht viel davon, wie viel sich da tatsächlich geändert hat. Was genau neu ist und ein kleiner Deep Dive hinter die Kulissen, das gibt es jetzt in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ja, vorweg schon einmal der Hinweis, wenn euch diese und andere Videos im Kanal gefallen, lasst doch gerne ein Abo da, so bleibt ihr dann immer auf dem Laufenden. Und für mich ist es eine schöne Bestätigung, dass euch die Themen hier interessieren. Immerhin weit über 15.000 haben ja schon den Haken angekreuzt. Also ganz herzlichen Dank dafür. Daumen nach oben ist natürlich auch mal gerne gesehen. Ja, und damit dann so viel zur Eigenwerbung. iOS 17.4 ist das große DMA-Update Apples. DMA steht für Digital Markets Act. Das Gesetz, das für mehr Wettbewerb sorgen soll. Und das tritt am 7. März 2024 in der EU komplett in Kraft. Ja, und da musste auch Apple sich öffnen. Und, naja, zumindest ein bisschen. Auf jeden Fall steckt in diesem Update eine Menge drin. Und ich habe mir das in den letzten Wochen schon mal genauer für euch angesehen. Für mich ist es jetzt schon eines der spannendsten Updates in der iOS-Geschichte. Ganz einfach, weil so viel passieren kann in Folge dessen. Aber schauen wir doch erstmal auf die Änderungen in 17.4, die auch Schweizer und Nicht-EU-Bürger betreffen. Und das ist auch nicht ganz wenig. Los geht's mit Siri. Siri hört künftig aufs Wort, nämlich einfach auf Siri. Hey, kein Hey mehr. Ja, englischsprachige Nutzer lachen darüber. Die haben das ja schon seit iOS 17.0 im September letzten Jahres. Jetzt gibt es das auch für die deutsche Lokalisierung. Und durch den Verzicht auf Hey dürften wir in der Summe einiges an Zeit sparen. Andere Sprachassistenten, die können das ja schon sehr lange. Bei Apple hat es ein bisschen länger gedauert. Ich persönlich finde das ganz praktisch. Aber Hey, eigentlich warten wir doch sehnsüchtig auf was ganz anderes. Nämlich eine schlaue Siri. Für die Freunde von Emojis unter euch gibt es gute Nachrichten. Künftig bekommen wir eine Limette, kopfschüttelnde Smileys, einen braunen Pilz und weitere neue Symbole. Ja, all das steckt im Update drin, die neuen Emojis in iOS 17.4. Die Apple Podcast App, die bietet neu die Möglichkeit an, den laufenden Podcast mitzulesen. Man kann dann auch darin suchen und durch Antippen einzelner Stellen direkt an die jeweilige Stelle springen. Was die Transkriptfunktion allerdings nicht kann, das ist das Unterscheiden der jeweiligen Sprecher. Ich vermute, dass das für die KI einfach je nach Sprecherkonstellation, also wenn zum Beispiel die Sprecher sich zu ähnlich klingen, zu schwierig ist und die Gefahr zu hoch ist, dass es da ein Durcheinander gibt. Und deshalb hat man davon erstmal abgesehen. Aber KI entwickelt sich ja gerade rasant weiter. Mal schauen, vielleicht kommt das ja schon in naher Zukunft. Apple hat ja in iOS 17.3 Vorkehrungen getroffen, damit ein Diebe des iPhones mittels PIN-Code nicht so leicht aus allem aussperren können. Ihr habt ja vielleicht davon gelesen, dass das vor allem in den USA ein ganz großes Thema war. Neue Sicherheitsfunktionen seit iOS 17.3, die sollen Dieben da ihr Tun deutlich erschweren. Und jetzt in 17.4 gibt es eine neue Option, dass die sogenannte Sicherheitsverzögerung jetzt immer aktiviert werden kann. Diese Verzögerung, ja die sorgt dafür, dass sensible Daten am iPhone außerhalb von zu Hause und des Arbeitsplatzes nur mit einer Stunde Verzögerung geändert werden können. Also wenn zum Beispiel jemand dann den Gerätecode ändert oder sonstige Sachen verändert in einer Weise, dass sie dann für den Besitzer des iPhones schädlich sein können, dann passiert das nur mit einer Stunde Verzögerung. Und das soll Bestohlenen ja die Zeit geben zu reagieren, wenn sie denn in der Zeit den Diebstahl bemerken und gleich tätig werden. Also sozusagen eine letzte Chance. Und neu kann man diese Verzögerung jetzt immer aktivieren, das heißt auch bei euch am Arbeitsplatz und zu Hause habt ihr dann diese Stunde Verzögerung, wenn ihr das so wollt. In iMessage tut sich auch was. In iOS 17.4 führt Apple die Postquantenkyptographie ein. Ja, das klingt spooky und das ist es auch, denn diese Änderung der Verschlüsselung namens PQ3, die sorgt dafür, dass eure iMessage Nachrichten dann selbst dann geschützt werden, wenn eines Tages Quantencomputer große Verbreitung finden. Apples Ansatz ist hierbei, dass Datenliebe ja heute schon eure verschlüsselten Daten sammeln können, um sie dann später mal zu entschlüsseln, denn klassische Kryptographie ist vor Quantencomputern nicht sicher. Ja, mal gucken. PQ3 gibt es auf jeden Fall schon mal jetzt. Und ihr merkt das eigentlich gar nicht, weil es passiert einfach im Hintergrund. In den Batterieeinstellungen findet ihr neue Optionen, um einzusehen, wie es um den Zustand eures Akkus steht. Apple hat jetzt ja kürzlich bekannt gegeben, dass die Akkus der iPhone 15 Generation nach neuen Tests sogar 1000 statt 500 vollständige Ladezyklen überstehen können, ohne dass sie dann unter 80% ihrer Kapazität fallen. Ja, und jetzt könnt ihr halt noch besser nachgucken, auch auf dem iPhone, wie es um euren persönlichen Akku im iPhone steht. Auch wann der zum Beispiel in Betrieb genommen wurde und wann der gebaut wurde. Und dann gibt es noch viele kleine Verbesserungen und Bugfixes, etwa dass per Shazam erkannte Lieder von Apple Music Nutzern jetzt direkt zu ihrer Bibliothek hinzugefügt werden können. Ja, puh, meine Güte, das sind ja schon mal sehr viele Neuigkeiten für alle Nutzer. Jetzt kommen wir aber zum Elephant in the Room, den DMA-Änderungen. Ja, über den Markets Act selbst könnten wir jetzt auch schon eine Stunde sprechen, das zu erläutern und zu diskutieren, ob das wirklich sinnhaft ist. Also kurz und knapp, es geht ja darum, dass die EU den Wettbewerb im Tech-Bereich erhöhen will und dass die bisherigen Kartellwächter einfach fanden, dass sie da trotz Rekordsummen und Bußgeldern einfach zu wenig Handhabe hatten, um den Wettbewerb zu ermöglichen. Ja, und deshalb müssen sich jetzt die sogenannten Gatekeeper wie eben der App Store von Apple auf dem iPhone öffnen. Und darüber sprechen wir jetzt, wie sich das in iOS 17.4 genau auswirkt. Legen wir mal los mit den alternativen Marktplätzen. Apple muss ja künftig auch alternative App-Stores zulassen. Sie nennen das Ganze alternative Marktplätze. Was wir bislang hören, sind jetzt so gleich am Anfang Set-App. Also die bieten ja Abos auf Apps an und Epic, der Spielehersteller, der ja auch mit Apple im Clinch lag und der bekannt ist für Fortnite, die stecken in den Startlöchern. Set-App, die wollen wohl im April in die Beta-Phase starten mit ihrem alternativen Marktplatz und Epic. Ja, die haben gerade erst ihren Entwickler-Account zurück erhalten, den sie ja lange Zeit von Apple gesperrt hatten infolge des Disputs. Nun werden sicherlich auch noch weitere folgen. Aber für die Anbieter ist das so eine Abwägung. Denn sie müssen eine Kerntechnologie-Gebühr pro installierter App pro Jahr entrichten an Apple. Und die wirtschaftlichen Hürden, die sind also durchaus hoch. Also interessant ist aus meiner Sicht, dass aber bestimmte Anbieter von Gebühren befreit werden. Und dazu zählen zum Beispiel gemeinnützige Organisationen, Bildungseinrichtungen und Regierungsorganisationen. Also die dürften dann das tun, sofern sie dann halt auch nur Apps dann veröffentlichen, die auch unter diese Regelung fallen, dass eben keine Kerntechnologie-Gebühr anfällt, weil sie davon befreit sind. Ich bin nochmal gespannt, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass im Bereich Forschung da was kommt. Also da ist sicherlich mit etwas Kreativität einiges denkbar, was in dem Bereich kommen kann. Die meistgehörte Frage zu diesem Thema alternative Marktplätze, die mich bislang erreicht hat, ist aber tatsächlich eine ganz andere. Und das ist die, wie kann ich das auf meinem iPhone verhindern? Ja, viele von euch haben tatsächlich Sorge, dass die Sicherheit eures iPhones da federn lässt, kompromittiert wird und möchten eigentlich von vornherein, weil sie sagen, ich will sowieso keine alternativen App-Stores haben, dass das gar nicht auf ihr iPhone gelangt. Nun, ihr könnt das, aber es ist ziemlich gut versteckt. Und zwar künftig jetzt in iOS 17.4 in der Bildschirmzeit, da gibt es die Möglichkeit, dass man Beschränkungen für das Gerät einstellt. Und wenn ihr dann unter App-Installation und Käufe geht, dann habt ihr tatsächlich den Eintrag, wo ihr diesen neuen Eintrag App-Marktplätze einfach einen Haken unter Nicht-Erlauben machen könnt. Und dann kann da in dieser Hinsicht überhaupt nichts passieren. Aber es ist ja nun nicht so, dass euer iPhone künftig ohne diese Einstellung dann völlig schutzlos ist. Also Apple wird zwar nicht müde, vor den potenziellen Gefahren zu warnen, die von den alternativen App-Stores, den Marktplätzen ausgehen könnten. Aber Apple hat gleichzeitig aber auch jede Menge unternommen, um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten. Und da ist es so, dass zuallererst mal diese alternativen Marktplätze ja überhaupt auf eurem Gerät installiert werden müssen, um auf diese Weise Apps zu laden. Sonst passiert da überhaupt nichts. Und Apple lässt hier nur Anbieter zu, die einen sehr strikten Regelkatalog befolgen. Dazu zählen zum Beispiel finanzielle Garantien, dazu zählen auch Garantien zum Sitz in der EU, dass sie also nicht in irgendwelchen Ländern sitzen, wo man ihrer nicht habhaft werden kann, wenn sie dann eben zur Verantwortung gezogen werden soll. Und auch zum Beispiel muss der Nachweis erbracht werden, dass gegen Betrug und den Diebstahl geistigen Eigentums vorgegangen wird. Also das ist mitnichten jetzt irgendwie so eine Art Darknet, die da auf euer iPhone kommt, sondern Apple hat da schon eben auch sehr klare Vorgaben und hat auch Instrumente, um bei Verstößen gegen diese Vorgaben, gegen diese alternativen Marktplätze vorzugehen. Es ist jetzt nicht so, dass die für ein für alle Mal dann gesetzt sind, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Außerdem ist es so, dass jede App trotzdem weiterhin über Apple eingereicht werden muss und jeder Entwickler muss einen Developer-Account bei Apple haben und bei Apple werden dann diese Apps dann notarisiert. Notarisieren, das kennen einige schon vom Mac. Das bedeutet, dass Apple zumindest grundsätzliche Checks gegen Schadsoftware vornimmt an den Apps und dann und nur dann geht eine App überhaupt über in einen alternativen Marktplatz und Apple hat eben aufgrund dieser Signierung, dieser sogenannten Notarisierung, die Möglichkeit, schadhafte Apps, also Apps, die sich nachträglich als schadhaft erweisen, dann auch aus dem Verkehr zu ziehen. Also auch da ist es so, dass eben das reversibel ist, wenn da eine falsche Entscheidung getroffen wird. Wenn dann diese Marktplätze diese Hürden genommen haben, dass sie von Apple zugelassen werden, dann erteilt Apple diesen ein sogenanntes Entitlement. Das ist so eine Art digitales Zertifikat, das erst die Installation des Marktplatzes auf allen möglichen Geräten ermöglicht. Ansonsten können die nicht einfach einen Marktplatz ins Netz stellen und dann ist der da. Also an Apple geht da keinen Weg dran vorbei. Marktplätze bekommt ihr auch nicht im App Store, sondern nur über die Website des jeweiligen Anbieters. Dort wird es dann einen Button geben, der, wenn man ihn antippt, den Marktplatz dann nach vorheriger Bestätigung durch euch wie eine App auf eurem Gerät installiert. Und alles, was in diesem Marktplatz stattfindet, ist durch Entwicklungswerkzeuge von Apple bestimmt. Also auch da ist es nicht so, dass da jeder so sein eigenes Rad neu erfindet. Die neue API dafür, die heißt Marketplace Kit. Also bei Apple heißen ja alle Werkzeuge, Entwicklungswerkzeuge irgendwie mit Kit, Text Kit, Store Kit und so weiter. Ja und das regelt halt alles Mögliche von der Installation bis dann zum Update der Apps, die man aus diesen alternativen Marktplätzen lädt. Wenn man jetzt wie ich ein wenig durch die Developer-Doku schnüstert, dann findet man ganz interessante Details. Also wenig verwunderlich ist, dass alternative Marktplätze nur iPhone-Apps verkaufen können, denn nur da ist ja diese Gatekeeper-Funktion festgestellt worden. Apple geht jetzt freiwillig nicht darüber hinaus und öffnet dann zum Beispiel auch den iPad App Store. Das heißt, ihr könnt gekaufte Apps nicht mal zusätzlich auf dem iPad einsetzen, wenn sie aus diesen alternativen Marktplätzen kommen. Das geht weiterhin nur, wenn ihr den Apple App Store benutzt. Ich denke, das schränkt die Attraktivität für Entwickler sicherlich schon ein wenig ein, weil sie dann halt verschiedene Versionen vorhalten müssen. Und das müssen sie ja sowieso, weil ja ihre Apps, die sie global anbieten, ja eben sich, sie können ja eben nur im EU-Gebiet in alternativen Marktplätzen verkaufen und wenn sie dem Rest der Welt was machen müssen, führt weiterhin kein Weg für sie an Apple und dem App Store vorbei. Interessant ist auch, dass Apps aus alternativen Marktplätzen keine Erweiterung für die Apple Watch haben können. Auch das ist ja etwas, was viele Apps ja mitbringen, dass ihr dann die unter iOS auf dem iPhone nutzt und dann habt ihr zum Beispiel dann auch ein Interface automatisch für eure Apple Watch, dass ihr, was weiß ich, eine Fernsteuerung habt oder euch Informationen anzeigen lassen könnt. Und das geht in alternativen Marktplätzen nicht, denn auch hier ist es so, Apple sagt Strick, es geht ja um den iPhone App Store und nicht um die anderen. Wo alternative Marktplätze wiederum gleichberechtigt mit dem App Store sind, das ist bei der Fähigkeit, dass Apps automatisch aktualisiert werden können, auch wenn der Marktplatz dann nicht extra dafür geöffnet wird. Dafür gibt es eine sogenannte Marketplace Extension, die läuft im Hintergrund eures iPhones, natürlich nur, wenn ihr einen entsprechenden Marktplatz dann auch installiert habt, also nicht einfach so. Das kommt dann mit dieser Installation des Marktplatzes, die von euch gewünscht und autorisiert wurde. Ja, und sie kann zum Beispiel auch einschreiten, wenn ein Download nicht funktioniert hat. Also ihr habt zum Beispiel aus dem alternativen Marktplatz eine App geladen, da gab es irgendwelche Verbindungsprobleme, dann versucht das im Hintergrund das immer wieder. Das kennt ihr vom App Store, also da auf jeden Fall Gleichberechtigung. Apps aus dem Marketplace, die erscheinen dann auch als ganz normale Apps auf eurem Homescreen. Da ist jetzt nicht irgendwie ein lustiger Pfeil dran oder ein Button oder eine andere Farbe. Also das ist eigentlich ganz normal, so wie ihr das auch kennt. Und es gibt aber längst vor der Installation dann einen Hinweisbildschirm, wenn ihr jetzt im Marktplatz eine App laden wollt, dass dann diese App jetzt im nächsten Schritt installiert wird. Also das ist so eine extra Hürde. Das haben wir in der Beta auch gesehen, jetzt beim normalen App Store von Apple. Dort soll es aber angeblich dann wieder mit dem Final Release verschwinden. Zum Zeitpunkt jetzt, als ich dieses Video aufgenommen habe mit dem Release Candidate, da war das noch sichtbar. Mal gucken, ob das tatsächlich dann verschwunden ist. Aber auch hier passiert nichts ohne euer Wissen und eure Zustimmung. Apple warnt in einem White Paper trotzdem davor, dass sich natürlich inhaltliche Entscheidungen zu Apps in den Marktplätzen ihrer Kontrolle entziehen. Also künftig können dann zum Beispiel eben auch Kryptowährungen dort ja ihre Apps lancieren und unterliegen nicht den strikten Regeln, die das App Review hat. Pornografie ist theoretisch auch möglich. Also da muss man mal sehen, was die alternativen Anbieter da so treiben. Und ja, ich meine, diese Gefahr ist ja natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn angesichts der Kosten, die auf alternative Marktplätze zukommen und auch auf die App-Entwickler, ist es natürlich relativ naheliegend, dass nur die auf diese alternativen Marktplätze gehen, bei denen viel Geld dahinter steckt, auf der einen Seite, und die auf der anderen Seite von Apple aber nicht durchgelassen werden. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Sorge von Apple, dass die sich bevorzugt, um die alternativen Marktplätze dann kümmern, nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber, ich meine, das ist ja eigentlich aus Sinn und Zweck der alternativen Marktplätze. Es geht ja gerade darum, dass ja eben einzelne Anbieter wie Apple, Google und andere eben nicht dann die volle Kontrolle darüber haben, was auf Geräte kommen kann, sondern dass der mündige Nutzer das selber entscheiden kann und Alternativen und Ausweichmöglichkeiten hat. Aber nochmal der Hinweis, wohlgemerkt, all das gibt es nur im Gebiet der EU. Also, großer Aufwand für einen kleinen Markt. Auch das dürfte sicherlich manchen Anbieter bremsen in seinem Elan. Schauen wir mal, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten entwickelt. Das wird sehr spannend. Und ja, jetzt bekommt ihr erstmal nur das Rüstzeug. Die alternativen App-Stores sehen wir später. Und die gucken wir uns dann natürlich auch dann an. Kommen wir jetzt zum nächsten großen Brocken. Und das sind die alternativen Browser-Engines, die auch in iOS 17.4 Einzug halten. Ja, Alternativen zu Safari, die gibt es ja längst auf dem iPhone. Ihr kennt vielleicht Google Chrome oder Firefox. Diese Browser könnt ihr aus dem App-Store herunterladen. Aber der Unterbau ist ja bislang immer derselbe geliehen. WebKit von Apple. Die konnten nicht ihre eigenen Browser-Engines dort einsetzen. Und gerade der Unterbau macht ja den Unterschied, wie zum Beispiel Webseiten dargestellt werden, wie schnell sie laden oder welche Fähigkeiten Internetseiten haben. All das hat Apple in WebKit für sich festgelegt und galt dann eben auch für die anderen Browser, die eigentlich nichts mehr waren bislang als ein anderes User-Interface. Und natürlich gab es dann noch die Lesezeichen, die ihr synchronisieren konntet und solche Sachen halt. Aber ihr hattet jetzt nicht wirklich eine andere Browsing-Experience, wie ihr das jetzt zum Beispiel auf dem Mac habt. Ja, und dieser Unterbau, der kann jetzt auch gegen Alternativen eingetauscht werden. Also zum Beispiel Googles eigene Browser-Engine, die ihr ja auch auf dem Mac schon verwendet. Also ist jetzt nicht so gefährlich, weil ihr kennt das schon. Ihr nutzt das schon auf anderen Plattformen. Wenn ihr dann iOS 17.4 installiert habt, bekommt ihr erstmal einen Auswahldialog zu sehen, wo verschiedene Browser aufgelistet sind. Das ist tatsächlich eine Pflichtmaßnahme. Apple muss das machen. Erinnert so ein bisschen an den Internet Explorer damals von Microsoft. Den wurde das ja auch von Europa auferlegt. Und das geschieht auch nur ein einziges Mal. Also dort könnt ihr den Default-Browser, den Standardbrowser dann festlegen und fortan bleibt er das, wenn ihr das nicht ändert. Wenn ihr das jetzt ändern wollt, dann wird es tatsächlich ein bisschen kompliziert, das dann erstmal wiederzufinden. Denn es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Standardbrowser-Geschichte in den Einstellungen an zentraler Stelle, sondern ihr müsst in die jeweilige App in den Einstellungen gehen und dort habt ihr dann einen Auswahldialog, wo ihr sagen könnt, welchen Standardbrowser ihr festlegen wollt. Aber wie bei den Marktplätzen brauchen Entwickler auch hier erstmal digitale Schlüssel von Apple, um eine alternative Browser-Engine anzubieten oder sogar, um sie in die eigene App einzubinden. Das geht jetzt nicht nur um Browser-Anbieter, sondern auch um App-Entwickler, die zum Beispiel sagen, ich möchte lieber von Chrome, von Google die Engine benutzen, möchte nicht WebKit haben. Das geht aber auch nicht so einfach. Die brauchen auch einen Schlüssel von Apple, eine Genehmigung. Ja, und gerade Letztgenanntes, das dürfte die Hürde für App-Entwickler so hochlegen, dass außer den Browser-Anbietern wohl kaum einer tatsächlich auf alternative Engines setzen wird. Also wir werden in den Apps weiterhin dort, wo Web-Use sind, auch WebKit von Apple vorfinden. Ist meine Prognose. Diese sogenannten Web-Browser-Engine-Entitlements beziehungsweise Embedded-Browser-Engine-Entitlements, wow, großer Titel, erfordern das Erfüllen einer Menge Voraussetzungen. Also dazu zählt zum Beispiel das Absolvieren bestimmter Web-Plattform-Tests, Sicherheitsvorgaben und, und, und. Ihr könnt das alles auf den Developer-Seiten von Apple nachlesen, wenn ihr so ein bisschen in der Materie drin steckt. Die alternativen Browser müssen zum Beispiel erst mal website-übergreifende Cookies blockieren. Sie dürfen keine Cookies mit anderen Apps austauschen oder sie dürfen auch keine Geräte-IDs mit Websites teilen. Also Apple hat da Vorsorge getroffen, dass jetzt nicht die Browser-Alternativen sich dadurch auszeichnen, dass sie eben das, ja zum Beispiel jetzt der Werbeindustrie schmackhaft machen, dass sie all das aushebeln, und was Safari und Apple im Betriebssystem da bislang etabliert haben. Also auch da ist eine gewisse Sicherheit eurer bisherigen Rechte eben gewährleistet. Mit Browser-Engine-Kit hat Apple dann auch ein eigenes Framework für Browser-Entwickler herausgebracht, das dann halt die nötigen Schnittstellen zum System bereitstellt und eben auch dann reguliert. Ein Thema für sich sind Web-Apps, da müssen wir uns aber gar nicht lange mit aufhalten, denn die Kuh ist am Eis. Progressive Web-Apps, also Internetseiten, die wie eine App auf dem Homescreen installiert werden können und dann zum Beispiel weitere Funktionen dann eben beherrschen, die wir von nativen Apps kennen, die wird es auch weiterhin in der EU geben, auf Basis von Apples Browser-Engine-Web-Kit. Also genauso, wie wir das bislang eben kannten. Es gab da ja einiges in Verwirrung im Vorfeld, als dann die Web-Apps dann während der Beta-Phase auf einmal aufhörten in der EU, wie gewohnt zu funktionieren. Zeitweise hieß es dann von Apple, die Web-Apps würden in der EU so gar nicht mehr funktionieren künftig, weil Apple ging halt davon aus, dass auch alternative Browser-Engines dann für die Web-Apps zugelassen werden müssen. Aber das ist jetzt anscheinend nicht so. Vielleicht gab es da auch eine Rückmeldung aus Brüssel von der EU, dass das doch noch weiterhin so geht, wie das bislang der Fall war. Und es wäre ja auch eine ziemliche Einschränkung gewesen. Die EU will mehr Wettbewerb zulassen und ausgerechnet die Web-Apps, die ja sogar an allen, also weitergehende Rechte genießen, was jetzt das Umgehen von Kontrolle durch Apple angeht, ja, die wären dann ausgeschlossen worden. Das wäre ja ein Witz der Geschichte gewesen. Aber ich weiß, viele von euch juckt das nicht, weil ihr kennt keine Web-Apps, ihr nutzt keine Web-Apps. Ist ja auch so. In vielen Bereichen ist das nicht so. Aber andere dafür juckt das umso mehr. Ja, auch da habe ich viel Leser-Post bekommen und Zuschauer-Post, dass ihr gesagt habt, also für mich sind die Web-Apps sehr wichtig und es wäre eine Schande, wenn Apple das nicht mehr macht. Haken dran. Hier bleibt also alles beim Alten. Nächster Punkt. Alternative Zahlungsmethoden. Apple öffnet in der europäischen Wirtschaftszone auch das digitale Bezahlen per NFC. Und ja, und ratet mal, was der Entwickler dafür braucht. Genau ein Entitlement. Das Ganze nennt sich HCE Payment Entitlement. Und weil sie euch fragt, was HCE heißt, das steht für Host Card Emulation. Damit können dann zugelassene Finanzdienstleister aus ihrer App heraus Zahlungen per NFC anstoßen. Also ihr kennt das Ganze ja von Apple Pay. Das sollen dann auch andere mit den eigenen Zahlungsdiensten künftig realisieren können. Und ihr könnt diese Apps künftig auch dann als Standard-App festlegen. Das heißt dann, wenn ihr diesen Doppelklick dann macht, wo sonst Apple Pay und das Apple Wallet kommt, da würde dann entsprechend diese App dann als Wallet aufgerufen werden. Am iPhone wohlgemerkt. Ja, die Banken haben ja lange nach sowas verlangt, dass NFC aufgeschlossen wird und diese Exklusivität von Apple wegfällt. Apple kassiert ja bei jeder Transaktion via Apple Pay ein klein bisschen mit. Und das Argument der Banken lautete stets, dass sie gesagt haben, dass Apple ja auch jederzeit die Preise erhöhen könnte, ohne dass da jemand eingreifen kann, weil es halt ja keinen freien Wettbewerb an der Stelle gibt. Und überhaupt, dass die Finanzwirtschaft ja eben auch einen Kontrollverlust über ihre ureigenste Tätigkeit dann erleidet. Also mal schauen, ob und was sie jetzt daraus machen in der Finanzwirtschaft, ob das dann am Ende eine Möglichkeit bleibt, die nicht genutzt wird, oder ob wir dann da Apps sehen. Ich glaube ja, dass das der potenzialreichste Teil dieser Änderungen ist, weil ja eben gerade das Finanzgeschäft ein sehr auf Regionen begrenztes Geschäft ist. Und von dem Hintergrund mehr noch als der App Store könnte ich mir vorstellen, dass da was passiert oder eben auch nicht. Naja, euer Standard Wallet, das könnt ihr auch übrigens über die Einstellung der jeweiligen App dann einstellen. Auch das ist ein bisschen versteckt. Also auch da ist es nicht so, dass der zentrale Eintrag Apple Wallet dann der ist, wo er den Standard definiert. Das definiert er dann jeweils über die Finanz-App eurer Bank. Und da könnt ihr sagen, du bist jetzt künftig mein Standard Wallet. Wenn es denn irgendwann solche Wallets gibt, ich habe noch keins gesehen. Ja, im Detail gibt es noch mehr, was in Sachen DMA in iOS 17.4 an Potenzial drinsteckt. Aber ihr seht schon, vieles ist noch bloße Theorie. Apple schafft hier erstmal die Grundlagen. Also die Praxis kann jetzt beginnen. Und wie bei allem, was der DMA vorschreibt, ist es erstmal nur das Öffnen von Türen. Das ist die Pflicht. Was hingegen keine Pflicht ist, das ist das Durchgehen durch diese Türen. Und das ist euer vornehmes Recht als Nutzer und Entwickler. Also macht was draus. Oder eben auch nicht. Denn es ist eure Entscheidung.